erhöht sich und und die ist natürlich klasse und die rüstung chance hat und rüstung ist natürlich echt praktisch bedeutet da muss ich noch ein bisschen nachziehen um das mal oder es muss auf jeden fall mal nur sein es sieht zumindest dann raus habe ich jetzt in den dings einer regeneration über dem kopf schweben natürlich jetzt der hammer für ein magier wohlgemerkt zauber einsetzen okay dann wo wir doch jetzt alles erkundet haben angehen hat schnell die ursache mir das auch merke ich sage dann gehe ich einmal zurück ich meine ich habe ja immer noch den einen raum den ich da auskundschaften muss und daher muss ja noch den könig von was weiß ich nicht was besiegen oder wie auch immer er sich nennt das weiß ich gerade nicht genau ich glaube das war irgendein könig kaiser lord wie auch immer hatte ich da nicht will die gerade da kann ich ja nicht vorbei rennen ein heiltrank na gut ganz einfach mal passt nicht wirklich auf man passt nicht allzu gut auf wohl besser gesagt jetzt einfach mal selbst gehen da haben wir noch einen kleinen haltrank ok spiel ist gespeichert dann können wir runter gehen blöde haut drauf sack ich meine habe ich ja jetzt ein bisschen was an schutz dazu gewonnen ich scheine uns nicht drauf zu jucken komm schon irgendwann muss ich die nochmal besiegen ich gehe mal kurz probiere es mal vielleicht mit was anderem als zauber ähm was soll man denn hier ach rollen ne moment lightning rolle die heilrolle war ja normal nicht so gut wenn man die im kampf einsetzt da habe ich die jetzt mal eingesetzt dann gucken wir doch mal ob wir den da irgendwie klein kriegen die warmthe of life is entered my tomb prepare your to serve my master for eternity so und wie will der echt nicht kaputt gehen mhm wie wird er echt nicht kaputt gehen und dann irgendwann wirst du doch mal kaputt wenn du das blöd skelett wie ich bin ansonsten würde ich mir nur noch anfangen dass wir noch irgendwas anderes kaputt machen wenn der irgendwie dann drauf geht ok 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 es ist dann die frage ich laufe jetzt einfach mal da durch ich weiß ja jetzt auch nicht oder so hat ja eigentlich hier reingehen und mal die tüten machen das geht doch nicht das geht auch nicht die frage ist dann was ist hier hinten ich war hier ja noch nicht richtig da hat mich ja das große üble dinge angegriffen von daher ist wohl auch eine kammer mit lauter kämpfern jetzt die frage ob der mich gerade verfolgt oder nicht ansonsten würde ich ja mal sagen ich muss doch hinten durch den raum doch er verfolgt mich langsam das war mal ein paar tränke zu viel Ja... Na, also ich... ...dass ich habe jetzt ein bisschen geholfen... ...anmal ging's... Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, weil, ähm, gut, ich habe jetzt Oh, da ist ein Ding, der hat einen Eingang, den hier oben stecken, kann ich mal langsam mal ein bisschen, ich glaube, der ist hier da hinten alle wieder am Superbeleben Ich meine, damit ich ein bisschen was davon habe, kann ich ja den ganzen Kram mal hier ein bisschen einsammeln und ein bisschen was an Toiletten besiegen Ich meine, ich bekomme ja für jedes Skelett da ein bisschen was an Erfahrung Selection King's Lair, ich google das gerade mal, weil, äh, ja, Moment, so, jetzt geht's sicher, ähm Moment, äh Selection King's So, mal sehen, was das Internet dazu ausspuckt, ähm Moment, 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 Quests to Hell Hm Kings, yes, 15 Kings, yeah Hm Okay, äh Da haben wir's Quest to Hell, müsste das sein Tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt google, aber Ich will ja mal wissen, wie ich den Typ da besiegen kann Äh, der ist ja schon, doch schon ziemlich stark Ähm Ja, jetzt Quest, bin ich hier gerade, Diablo, Vicky Ähm Machen wir's doch Leor, ne, Kings, ne, doch, müsste Okay, Moment Okay, Moment, 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 Moment Vielen Dank.